weil das kann ich jetzt gerade vergessen ich unterstütze dich jetzt du führst da okay ich zähle nein 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 So, I don't know how you went for that. That was not clear. Oh! Nachladen! Feuer! Sieht nicht gut aus! Der Gegner wird Würbel! Nicht mehr lange! Mann, da ich immer bekam! Nee, ich wollte nicht! Na ja, mach ich! Weiter! Was geht das denn, Alter? Das scheint erstmal alles zu sein! Durch diesen Parkplatz kommen wir zu unserer Basis! Mir nach! Na dann komm doch! Bist du schon bereit? Ich will nur was mit! Wow! Gute Arbeit, Daniel-san! Du bist wirklich so gut, wie alle sagen! Dich haut nichts um! Lass dir das mal nicht zu Kopf steigen! Aber das war wirklich gut! Du hast's drauf! Hm, danke! Komm schon! Ja, schon unterwegs! Äh, warte mal, warte mal, warte mal! Ich will noch was mitnehmen! Danke! Nimm die dicke Berger mit hier! Ohh. Oooh! Ah. Wir haben es bald geschafft. Heite durch! Ein bisschen liebt so in alle. Wir können niemanden, der hier schläft. So, jetzt war der Kopfschuss. Was war das denn jetzt? Äh, warte mal! Wie immer ausgezeichnete Arbeit, Monsieur. Ihr Können ist unerreicht. Können Sie das beibehalten? Äh, warte mal! Klar! Verstanden! Dann werde ich mich bemühen, Sie in dieser Sache zu unterstützen. Gehen wir! Was ist da, Alter? Wie gesagt, ja. Zu freundlich! So! Dann wird die Theater. Können wir weiter oder? Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Hier! Ja! Ich glaube nicht. Oder etwa noch? Ich schenke mich mit. Oh, verdammt. Wenn die unsere Basis erreichen, ist alles aus. Dann müssen wir das verhindern. Ihr zwei geht vor. Ich halte die Jungs auf. Äh, wen nehmen wir jetzt mit? Ah, komm, nehmen wir mal ihn mit. Nehmen wir mal ihn, komm. Machen wir mal, jo. Los! Packen wir es an! Es ist soweit, Mann! Nicht aufgeben! Hey, der hilft! Alles okay? Brauchst du meine Hilfe? Ne, erstmal doch oder warte mal. Gib mir mal Hilfe, komm. Bin gleich da! Was zur Hölle? Scheiße! Mach hin da. Ich finde es gut, dass die da einfach so stehen dürfen. Du musst besser aufpassen! Ja, ja, ich... Das ist ja schon gut. Gute Arbeit! Mann! 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 mal weg verdammt ihr müsst verdammt das ist ganz schön überlass das mir eine granate ist genau das richtige findest du nicht auch okay der gehört mir hast du das gesehen es ist so weit man nicht aufgeben so und da ist der nächste nicht mehr lang weiter so weiß jetzt alles wird verhoffen so noch mal schnell ein bisschen muni noch hin so jetzt können wir bei ihnen noch ein bisschen die waffen aufrüsten war will man sagen war meinen da haben wir ihn jetzt habe ich wo die anderen sind so die reichweite können wir auch noch erhöhen so die präzision so noch mal schnell einkaufen so jetzt 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 ich werde mal die tippe hier nicht So, das war's, würde ich sagen. Komm. Haben wir gewonnen? Haben wir gewonnen? Komm. Wir haben verloren. Naja. Dieser Gorilla gibt einfach nicht nach. Hey! Hey! Alles okay? Ich fass' es nicht! Scheiße! Wir müssen das Ding aufhalten! Ach, danke, Genie! Darauf wär' ich nie gekommen! Nur die Frage ist, wie? Verdammt! Wir können jetzt nicht aufgeben! Wo sind das 14? Wir müssen den Milch durchlassen! Wir müssen immer wieder den Preis aufhalten! An mir kommt der Schauspieler nicht vorbei! Wir drüben! Wir drüben! Wir drüben! Irgendwo weit von den Weißbrädern. Wir drüben! Wo ist der jetzt so? Wir drüben! Verflucht! Stoppt das Monster doch endlich! Ich dachte, ihr werdet ihr Liebte! Haltet das zu, endlich auf! Das Ding muss um jeden Tag aufhören! Wir sind immer gerade gesprenzend! Oh, das ist nicht gut, dass man ihn verfahren kann. Ein leichtes Maschinengewehr, das können wir mal schnell holen. Ein leichtes Maschinengewehr, ok. 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 Nein, das ist gut. Hier ist die Bande hoch, ehe das Fische herkommt. Nimm die Fernzündung, wenn der Bastard hier ist! Enttäusch uns nicht! Scheiße, du hast's ver- Nicht gut! Die Tür hält nicht mehr lange! Wir müssen was tun! Ich halte euch den Weg! Alter! Nein! Und das Maschinengewehr auch! Es verschießt panzerbrechende Kugeln! Das sollte den Textklang aufhalten! Die Munition ist da drüben! Was denn für Maschinengewehr? Das ist das Ding aufzuhalten! Aber wenn es mir nicht gelingt, legt es an dir! Wenn wir das überlegen, sing ich ne Runde aus! Was denn für Maschinengewehr? 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 Ich frage mich gerade, was der für ein Maschinengewehr handelt. Wo denn? Wääh. Wo? Was soll das denn? Verdammt! Wir können jetzt nicht aufgeben! Oh, oh! Feindliche Verstärkung im Anmarsch! Willst du auch planen für mich? Alles klar! Einmal Munition! Kommt sofort! Ja, toll. Verdammt! Wir können jetzt nicht aufgeben! Mehr hier. Komm dran. Okay. Knauplatten abgeschlossen. Toi, toll! Geile Nummer! Geile Nummer! Ja, super Nummer. Muss ich sagen. Ich stehe da drauf. Nicht auf! Die Tür ist nicht mehr lang. Wir müssen das tun! Hier im Kopf! Schnell! Ich zahlte euch den Glück! Ja, 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 ja. War lang. Das ist das letzte Tor. Wir müssen ihn hier zerstören. Überlast ihn mir. Und das Maschinengewehr auch. Es verschießt panzerbrechende Kurbel. Das sollte den Grenzkerl aufhalten. Die Munition ist laut Rüden. Ich versuche das nicht aufzuhalten. Aber wenn es mir nicht gelingt, liegt es an dir. Wenn wir das überlegen, gebe ich eine Runde aus. Mach mal. Hey, ich lade für dich Munition nach. Gib mir Bescheid, Mann! Hallo? Willst du mich jetzt verarschen, oder was? Sama! Kämpfe! Als würdest du es auch ernst meinen! Alles klar! Einmal Munition! Komm zur Fahrt! Ich bin mal wieder weg. Okay! Nachladen abgeschlossen! Oh! Oh! Feindliche Verstärkung im Anmarsch! Verdammt! Wir müssen etwas tun! Ich werde hiermit locker fertig! Ach was! Ich werde hiermit locker fertig! Ich werde hiermit locker fertig! clothes! Und das ist nicht so! Ich werde hiermit locker fertig! Oh! Ich bin mal wieder weg! Damit locker fertig! Alter! Verdammt! Alter, willst du mich rüllen? Na schön! Dann versuch wenigstens vors... Ach was! Ich werd hiermit locker fertig! Ich komm ja nicht mehr runter! Ist ja auch schön! Hey! Kannst du mal? Kannst du mal? Kannst du mal? Alles klar! Einmal Munition! Hey! Wie soll man diesen Geißacken besiegen? Alles klar! Einmal Munition! Kommt sofort! Okay! Nachraten abgeschlossen! Das ist super! Mist! Verdammt! Ich will jetzt nicht aufgeben! Wir müssen etwas tun! Wir müssen etwas tun! Was? 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 Hey, Death! Halt durch! Kämpfe! Als würdest du es auch ernst meinen! Was? 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 Kannst du mich verarschen? Oder was? Ey, da schießt du auf diesen verkackten Affen! Ja! Und da passiert nichts! Geil! Geil! Muss ich sagen! Da ist Panzerabrechner Munition! Natürlich! Wir müssen das tun! Hier im Klack! Schnell! Ich halte euch den Weg! Ja doch! Richtig geile Panzerabrechner Munition! Natürlich! Das ist das letzte Tor! Wir müssen ihn hier zerstören! Ja! Überlasst ihn mir! Und das Maschinengewehr auch! Es verschießt Panzerbrechende Kugeln! Mh, Panzerbrechende Kugeln! Natürlich! Wenn die schon Feuer drauf ballert! Ja! Ich versuch das Ding aufzuhalten! Aber wenn es mir nicht gelingt, liegt es an dir! Wenn dir das überlebt, geb ich ne Runde aus! Hey! Ich lade für dich Munition nach! Gib mir Bescheid, wann! Alter! Was soll ich denn hin? Alles klar! Einmal Munition! Kommt sofort! Alles klar! Ja! 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 Nee! Ich brauche keine Hilfe! Dann versuch wenigstens vorsichtig zu sein! Ja! Hm! Ja! Ja! Alles okay! Brauchst du meine Hilfe! Bin gleich da! Hm! Ja! Jetzt würde sagen, das war's! Ich werde hiermit locker fertig! Ja! Ja! Alles okay? Na schön! Dann versuch wenigstens vorsichtig zu sein! Ja! Nein. Na, kann's ja mal probieren. Naja, das ist... Ich muss besser aufpassen. Das ist natürlich. Hm, natürlich. Ja, bitte. Verdammt, wir können jetzt nicht aufgeben. Was machst du denn? Bitte mal, willst du mich verarschen? Ja, rette mich doch nicht. Braust du nicht? Lass es doch sein. Was? Ich werde hier mit Locker fertig. Komm, Alter. Alter, willst du mich verarschen? Verdammt! Wir können jetzt nicht aufgeben. Aufgeben! Ja, das war's. Alter! Da leck mich da, wo ich nicht schön bin. Ich mach jetzt meine Aufnahmepause. Ey, mein ganz ehrlich. Nee. Natürlich. Da läuft ein Mann rum. Der soll mir helfen... ...nachzuladen. In der Zeit, wo ihn der Affe verfolgt. Nee. Ich mach jetzt meine Aufnahmepause. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und bis dahin. Ciao! Bis zum nächsten Mal.